So, was machen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen irgendwelche Erinnerungen an Laura. Da gehe ich doch mal direkt oben ins Schlafzimmer, beziehungsweise ins Ankleidezimmer. Da war doch das weiße Kleid. Wobei, Moment, ist das Kleid überhaupt da? Wenn nämlich Sam jemanden auf der Treppe gesehen hat, der aussah wie Laura und das weiße Kleid anhatte. Aber es sieht aus, als wäre es noch da. Lauras Kleid ist weg. Kann sie es genommen haben? Ich glaube, langsam werde ich wirklich verrückt. Okay, also ist das Kleid wirklich weg. Das bringt uns dann nicht so viel als Erinnerungsstück. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben die Fotos. Unten, aber ich meine, die hat er ja eigentlich auch schon alle durchgeguckt. Im Labor haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Ich frage mal die Oma, wenn sie denn mit uns reden will. Vielleicht will sie uns auch Essen machen. Hallo, alles in Ordnung? Ja. Ja, danke. Ach so, immer wenn sie also da steht, können wir, glaube ich, mit ihr reden. Und wenn sie da steht und kocht oder was auch immer, dann geht das, glaube ich, nicht. Naomi, dann erzähl doch mal. Lauras Lieblingsplätze. Sie arbeiten seit meiner Hochzeit auf diesem Anwesen. Was waren Ihrer Meinung nach Lauras Lieblingsplätze? Sie hat diesen Stuhl in ihrem Schlafzimmer geliebt und es sich darin gerne mit einer Tasse Tee und einem Buch gemütlich gemacht. Und den Garten hinter dem Haus. Ich dachte eher an Plätze hier in der Gegend, nicht auf dem Anwesen. Ihr Häuschen am See und diesen Park, Timmons. Sie hat ihn auf vielen Aquarellen verewigt. Gott, sie liebte diesen Ort. Timmons, natürlich. Danke. Timmons? Ah, und da können wir jetzt anscheinend auch hin. Mal ganz ehrlich, er hat sie so sehr geliebt. Er war jahrelang mit ihr zusammen. Aber er muss die Haushälterin fragen, was ihre Lieblingsplätze waren? Ich weiß ja nicht. Aber okay, wir gehen da erst mal hin. Endlich mal wieder ein neuer Schauplatz. Und es lädt schon wieder so lange. Warum ist das... Schau mal, Mami, ein Monster. Psst, Liebling. Oh. Da geht er einmal raus und dann sowas. Oh, der tut mir echt leid. Blödes Kind. Wobei man Kindern da echt nichts vorwerfen kann. Die sind ja eigentlich einfach nur ehrlich. Was ist das hier? Im Park finden heute keine Veranstaltungen statt. Gut, dann wird dort nicht viel los sein. Abgesehen natürlich von der Mutter und dem Kind. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Aktiviere die Spielhilfe. Oh, wie schön. Boah, das sieht ja toll aus. Mit den Farben und so. Das finde ich gerade echt schick. Ich erinnere mich zwar noch an den Park, aber ganz genau habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Wohin soll ich gehen? Dieser Weg führt zum See. Ich erinnere mich zwar noch. Der Hauptweg ist da entlang. Aha, Mülleimer. Die Bank. Da haben die bestimmt immer gesessen. Händchen haltend. Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, ich möchte bitte, dass du dich auf die Bank setzt. Da ist irgendwas eingeritzt? Diese Schnitzereien sagen mir nichts und bringen mich mit Laura nicht weiter. Oh, Neil? Und dann ein Dreieck, ein Zelt oder so? Gut, das bringt uns nicht weiter. Hier geht's zum Spielplatz, habe ich gerade schon gesehen. Hier haben wir noch einen Baum. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Okay, Team 8. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Baum, der ihn dann doch an Laura erinnert. Bootshaus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hingehen soll. Soll ich erstmal rechts gehen? Geht es da überhaupt weiter? Hier haben wir noch einen Baum. Oh, da ist auch ein Herz drin. Ob das von den beiden ist? L und D. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Oh, damit können wir irgendwas machen. Ach, er erinnert sich. Ach, er erinnert sich. Oh, der tut mir von Mal zu Mal mehr leid. Ach ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir hier mehrere Erinnerungen finden. Hier geht's zum Brunnen. Dann gehen wir erstmal da entlang. Das Wort Magie stammt vermutlich vom altpersischen Wort Magush ab, was so viel wie Priester bedeutet. Oh, wie schön das hier ist. Ich finde das total toll mit den Bäumen und dem Sonnenlicht und so. Sieht echt toll aus. Laura hat diesen Brunnen geliebt. Wir haben stundenlang auf dieser Bank gesessen. Laura war die einzige Person, die mich dazu gebracht hat, auch mal abzuschalten. So, haben wir hier denn noch irgendwas? Da geht's zum Pflasterweg. Hier geht's überhaupt weiter. Timmenspark, Gardenien. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Brunnen, Timmensbrücke, Park, Spielplatz. Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, hallo. Das ist echt ein großer Park. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da ist der Spielplatz. Da ist erstmal... Was ist das? Ach so, der Pflasterweg. Ah, das alte Gewächshaus. Laura hat es nicht gemocht, weil es dort immer so voll und heiß war. Okay, dann wird da vielleicht nicht so viel sein, aber eventuell im Rosengarten. Ein Rosengarten? Der kann auch nicht lange her sein. Ich erinnere mich nicht daran. Gut, dann lassen wir das mit dem Rosengarten mal außen vor. Strauch? Das ist ein Gardenien-Strauch. Laura würde sich eine Blume ins Haar stecken, wenn sie jetzt hier wäre. Aber leider trägt dieser Strauch keine Blüten. Schade. So, hatten wir hier noch irgendwas? Ich drück jetzt ab und zu immer mal hier die Leertaste. Ach da, Gardenie. Damit wir auch wirklich hier nichts übersehen. Blühende Gardenien. Okay, ah, jetzt können wir eine nehmen. Sehr schön. Diese Blume ruft vielleicht Erinnerungen in mir wach. Sie dürfen hier keine Blumen pflücken, Sir. Was? Kann Ihnen doch egal sein. So lauten nun mal die Regeln, Sir. Die Blumen sind für alle Parkbesucher da und dürfen nicht gepflückt werden. Hören Sie, ich brauche diese Blume. Ich bezahle auch dafür. Sie wollen bezahlen? Gut, das Bußgeld beträgt 2000 Pfund. Hallo. Hey, was machst du da? Verdammt, sie läuft weg und hat die Gardenie, die ich brauche. Okay, und rennt natürlich in Richtung Spielplatz. Aber hier war noch ein Strauch, den ich... Das ist ein Gardenienstrauch. Okay, gut. Dann machen wir uns direkt auf den Weg zum Spielplatz. Dass er da jetzt nichts gesagt hat, wenn das Kind da angerannt kommt und ganz schnell die Blume abpflückt. Aber nun gut. Oh, Spielplatz. Auch wenn der nicht unbedingt einladend aussieht, muss man ja jetzt mal sagen, das ist das Mädel. Und einen Eisverkäufer haben wir auch. Sie hat doch gerade in der Zwischensequenz Eis gegessen, die Laura. Oh, sie hat Angst. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Scheint Spaß zu machen. Hat es dir die Sprache verschlagen? Er kann da auch mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich meine, der weiß doch oder kann sich doch denken, dass die Kinder Angst haben. Das ist aber eine schöne Blume. Hast du sie hier im Park gefunden? Kann ich sie mal sehen? Ich glaube, so wird das nicht. Wie heißt du? Ich heiße David. Du kannst es mir ruhig sagen. Heißt du Elizabeth? Anne? Meine Maske macht dir Angst, oder? Warum hast du sie auf? Ist so etwas wie ein Pflaster. Hat das Aua gemacht? Ja, ganz schön. Warum? Tut mir leid, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Magst du ein Eis? Du isst doch bestimmt gerne Eis. Wollen wir tauschen? Du kriegst ein Eis und ich kriege dafür deine Blume. Das würde Mami nicht mögen. Ich habe mir mal das Knie aufgeschlagen und das hat auch Aua gemacht. Wie wäschst du dich eigentlich im Gesicht? Gut, so kommen wir hier wohl nicht weiter. Wie heißt du? Wo hast du die Maske her? Die hat jemand für mich gemacht. Warum? Weil ich keine gefunden habe, die mir gefällt. Wie wäre es, wenn ich dir eine ganz neue glitzernde Münze gebe und du gibst mir dafür die Blume? Kannst du irgendwelche Kunststücke? Wie wäscht du dein Gesicht? Ich kann die Maske abnehmen. Nimmst du sie jetzt ab? Nein, nein. Nein, Mäuschen. Das kann ich nicht machen. Mach das bloß nicht, weil dann rennt das Kind nämlich wahrscheinlich weg. Zeigst du mir die Blume, die du gerade gepflückt hast? Warum hast du Aua? Es war ein Feuer. Hat das wehgetan? Ja. Er haut lieber direkt ab, oder wie? Laura, ich kann das nicht tun. Ich kriege die Blume einfach nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Wo kam das her? Ich habe das nicht gesehen. Er wurde doch hier von irgendwas... getroffen, oder? Ah, Äpfel. Was machen wir mit den Äpfeln? Äpfel. Ach Mensch, Äpfel. Ich spreche nochmal mit ihr. Ah, vielleicht Apfel? Apfel gegen Blume. Du wolltest doch wissen, ob ich Kunststücke kann. Ich kannte einmal eine hübsche Prinzessin. Und die hat mir das hier beigebracht. Schau. Wahrscheinlich jonglieren, ja. Wie sie sich freut. Oh, wie süß. Her! Werf sie höher! Soll ich? Na gut. Schau genau hin. Oh oh, die Mutter. Rebecca! Ich habe ihr nur ein Kunststück gezeigt. Wie überaus freundlich. Nein, bleib hier. Die Blume. Mami! Mami, ich will mit dem Mann weiterspielen. Er ist nett. Genau. Oder gib uns wenigstens die Blume und dann kannst du gehen. Ach, danke schön, liebes Mädchen. Sehr schön. Riechen. Also, er hat jetzt an was gerochen. Ach, wahrscheinlich brauchen wir, genau, wir brauchen wahrscheinlich schmecken, riechen, fühlen, hören. Ach, klar. Und deshalb müssen wir auch... Ein Eisverkäufer. Laura mochte am liebsten Eis mit Orangengeschmack. Ja, deshalb müssen wir wahrscheinlich auch ein Eis kaufen. Ich hätte gern ein Orangeneis. Das mit Vanille innen. Meinen Sie einen Orangensplit? Ja, das ist es. Ich bin jetzt fast davon ausgegangen, dass er sagt, nee, das Eis haben wir hier nicht. Bitte sehr. Ja, danke schön. Wollen Sie nicht Ihr Wechselgeld? Behalten Sie es. Ach, das ist ja nett. So, jetzt haben wir das Eis. Okay, dann haben wir das auch. Spielgerät können wir uns nochmal eben angucken. Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Oh, der tut mir echt so leid. Ich dachte immer, dass... Okay, aber zweimal müssen wir es trotzdem nicht hören. Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt hat. Wahrscheinlich kann man gar nicht jung genug für Kutzt sein. Hm. So, haben wir hier noch irgendwas. Da geht's zur Brücke, da geht's zum Brunnen. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal zur Brücke. Da waren wir noch gar nicht. Der da los ist... Jetzt wollte ich gerade was lesen. Ach, das hier ist die Brücke. Klar, hier waren wir. Dann gehen wir eben zum Bootshaus. Ah, Rent-Boat. Okay, können wir dann wohl über den See schippern? Fände ich richtig cool, wenn wir das jetzt hier machen könnten. Drei Pfund die Stunde. Lukratives Geschäft. Na komm, für deine verstorbene Frau kannst du das ja mal entbehren. Hier kann man ein Boot mieten. Dann mach das doch. Kann ich den irgendwie... Nee, ansprechen kann ich den anscheinend nicht. Ihn hier? Ich erkenne ihn wieder. Er ist schon seit Jahren hier im Park. Ach, und der kann wahrscheinlich eine bestimmte Melodie spielen, sodass er sich wieder erinnert. Ich habe einen Liederwunsch. Es gibt da ein altes italienisches Stück, das Sie immer gespielt haben. Santa Lucia. Grazie, grazie. Ich kenne Sie. Sie sind immer mit Ihrer Frau hierher gekommen. Bellissima. Ja. Ist sie heute nicht da? Noch nicht. Spielen Sie das Lied? Aber gerne. Nee. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Aber hat uns das jetzt irgendwie... Er hat es gehört? Wir können auch nicht mehr mit dem Typen reden. Ich dachte jetzt, jetzt kommt wieder eine Erinnerung. Moment, das kann es doch hier nicht gewesen sein. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit? Nee, das ist ja alles, was wir dabei haben. Ich dachte vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, das aufzunehmen. Er hat das Lied jetzt gehört. Es kommt keine Erinnerung. Na gut, dann wird das wohl so sein müssen. Ich muss das Boot mieten, bevor ich damit rausfahren kann. Ja, dann tu das doch endlich. Ich würde gerne ein Boot mieten. Das macht drei Pfund. Sie können nur mal zwölf nehmen. Vielen Dank. Wir sind hier heute ganz schön faul. Das Wetter ist heute wirklich ganz schön faul. Du bist vielleicht ein miese, Peter. Ich habe natürlich mich selbst gemeint. Wie sieht es diese Woche mit deiner Terminplanung aus, Liebling? Das Übliche, nichts Weltbewegendes. Gut. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Wir könnten am Freitag auf... Wir sind hier heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend losfahren. 21. Oktober. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend aufbrechen. Das Wetter ist einfach herrlich. Ein Student, David. 21. Oktober. 21. Oktober. Und ein Student. Da müssen wir nachher mal gucken, was es da mit auf sich hat. Also das mit dem Hören von dieser Melodie und sich dann erinnern, geht anscheinend immer noch nicht. Pflasterweg. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Hier waren wir noch gar nicht. Gardinien und Brunnen. Wir saßen immer gerne auf dieser Bank und haben dem Rauschen des Flusses gelauscht. Jetzt ist Laura weg. Ich wollte gerade sagen... Und der Fluss auch. Ja, ich wollte gerade sagen, der Fluss sieht ziemlich vertrocknet aus. Der Fluss ist im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Okay, dann werden wir vielleicht hier gar nicht unbedingt weiterkommen. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass dieses Wäldchen so dicht war. So, wir brauchen... Ich gucke jetzt einfach nochmal am Brunnen, ob da was ist. Wir brauchen, denke ich, noch irgendwas. Ah, jetzt ist die Bank auch frei, was uns aber nicht viel bringt. Wir brauchen jetzt unsere Brunt. Und... Dann...